Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier in diesem kleinen Video sei kurz erklärt, warum es Sinn macht, einen spezialisierten Laptop zu haben, mit dem man die 3D-Diagnostik betreibt und die Hausaufgaben für den Kurs bei dentalvolumen.de dann erledigt. Ganz kurz, hier unten links sehen wir zum Beispiel einen speziellen Ordner, das ist eine spezielle Einrichtung für den Kurs, da kann man also hier reingehen und den ersten Befund, den man im Kurs erheben soll, relativ schnell aufrufen und den Befund erledigen, damit man in den Kurs hineinkommt. Das ist also so eine Art kleine Starthilfe, die ich da mitgegeben habe für den eigentlichen Kurs, damit man reinkommt, damit man das zum ersten Mal dann relativ schnell erledigen kann. Der Kursrechner selber ist also komplett ausgestattet mit allen zugehörigen Daten für den Kurs, es beinhaltet die Hausaufgaben mit den 25 DVTs, das liegt alles in einem speziellen Ordner auf der Festplatte C, wie man hier sieht, also hier vorne im Ordner DVT, da haben wir also hier den Unterordner mit den Hausaufgaben, die Implantatdatenbank und die Kursdaten mit Kursskript, mit gesetzten Verordnungen, mit den Videotutorials, die sind auch ganz wichtig. Das sind kleine Lehrfilmchen, mithilfe derer man dann im Prinzip im Eigenstudium dann sich das DVT-Befunden dann selber auch beibringen kann. Weitere Programme sind zum Beispiel das Programm IrfanView, mit dem man konventionelle Röntgenbilder betrachten kann. Ich öffne mal kurz eine OPG-Aufnahme hier und zeige mal kurz die Funktion. Also man hat hier die OPG-Aufnahme in der entsprechenden Vollbildansicht, dann kann man kurz umschalten mit diesem Programm von der Positiv-in-Negativ-Darstellung. Man kann also jetzt hier den Zahn 3-7 meinetwegen speziell herausschneiden und vergrößert darstellen. Diese Funktionen sind alle ganz wichtig, wenn man also in der Kommunikation mit anderen Ärzten, anderer Fachgebiete zum Beispiel zusammenarbeitet und mit den Versicherungen zu tun hat, die unsere Befunde dann sicherlich auch irgendwo begründet haben wollen. Weitere Software, mit denen die Laptops ausgestattet sind, ist das Programm Synedra in der Personal Edition. Das Programm Synedra ist so eine Art eierlegende Wollmilchsau für die 3D-Diagnostik. Man kann in das Programm Synedra die CTs, DVTs und MRTs aus allen möglichen Quellen einlesen und die dann auch auswerten, wenn zum Beispiel die zahnärztliche Software dafür nicht geeignet ist. Weitere Programme wie zum Beispiel 3D-Modellprogramme, Konvertierungsprogramme von CTs zu DVTs, Betrachtungsprogramme für 3D-Modelle oder auch Programme, mit denen man einen DICOM-Datensatz, das heißt eine DVT, zum Beispiel in ein zahntechnisches, physikalisches Modell überführen kann. Dann über einen 3D-Drucker sind dabei und dann nicht zuletzt ein Zeichenprogramm, das sehr gut funktioniert. Und hier unten rechts die Magellan-Software fertig installiert für die Kollegen, die gerne schon im Kurs eine Implantatplanung für den Kurs dann durchführen wollen, als Bestandteil der 25 DVTs der Hausaufgaben, die man zu erledigen hat. Das sind im Groben und Kurzen die Programme, die in diesem Laptop enthalten sind. Auf der rechten Seite sehen wir hier noch verschiedene Spezialsoftware-Varianten, die man dann mal ausprobieren kann. Den Galileo Fior EZ 3D Plus. Verschiedene andere Programme noch, die man ausprobieren kann. Und eine DICOM-Analyse-Funktion haben wir hier noch. Wenn man also hier zum Beispiel auf diesen Analyse-Button geht und hat vorher ein entsprechendes Bild aus einer DVT in einen Unterordner hier gelegt, dann kann man sich das Ergebnis der sogenannten DICOM-Analyse mal anschauen. Das heißt, die gesamten Daten, die mit der DVT mitgegeben werden, sind dann für einen selbst einsehbar zum ersten Mal. Und da kann man auch ganz genau sehen, mit welchem Apparat meinetwegen die DVT erstellt worden ist. In welcher Auflösung, wie der Patient-Tees, wie der entsprechende Arzt-Tees oder die Institution, die das DVT erstellt hat und so weiter. Diese sogenannten DICOM-Tags werden hier zum ersten Mal auslesbar. Das ist für die Fehlersuche später bei der eigenen DVT vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Abgerundet wird die gesamte Geschichte noch hier durch einen Bundle von Office-Programmen. Das kennen wir alle, Office-Programme, so ähnlich wie Word, Excel und so weiter und ein E-Mail-Programm, so dass man diesen Laptop dann auch vollständig privat nutzen kann.